GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Da, jetzt guckt ihr das an. Ich wollte überhaupt nichts machen. Alter, der macht doch immer nur dasselbe, wo ich nicht abwehren kann. Ach, endlich, ey. Hilft einfach nur, hau drauf. Ach ja, war wieder so ein schwieriger Kampf. Ich komme mit Whitebeer einfach nicht so gut zurecht. Ich habe mich nicht abwehren. Ich habe mich nicht abwehren. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Trotzdem sind sie damit sehr viel erfolgreicher als ich. Ach der auch noch, gleich 2 gegen einer, super. Oh, 3! Ist der Typ, der in der Vergangenheit hängen geblieben ist. Aber ich muss alle 3 bieten, naja das stoppe ich nicht, das wird jetzt ne ganze Weile dauern. Na der Typ, der kostet schon so viel Leben, dass es für die anderen nicht mehr reicht. Das war's für heute. Das sind die Laser-Eluer Blitzeeer. War nicht schön, der Kampf. Ich hab ihn überstanden. Die, die drei hat mir wieder. Alter, ich will dir die wieder. Oh, Levella. 222 Erfahrung für den Rest war auch nicht schlecht. Das war einere, der Herr Schroh-Hjub, oder ob der Aufwärmung der Branche in den Branche in den Schroh-Hjub. Das war eine spezielle, dass sich für den Schroh-Hjub. Es ist für die Köye und die Schroh-Hjub geführt hat, Herr Schroh-Hjub. Das war dann, dass die Schroh-Hjub-Hjub, seiner Schroh-Hjub erstmals wurde. Aber er ist deshalb ein Schroh-Hjub. Der Schroh-Hjub war die Schluter-Hjub. Er ist dann, dass die Schroh-Hjub war, der Schroh-Hjub war, und es ist Staymacht. Das schroh-Hjub war eine Schroh-Hjub. Ein Schlag, der den Tod abwendet. Da sehr schön. Oh nein, ich schon wieder, ja. Oh nein, du fool. Steckt das die ganze Zeit da so in den Schluck? Geht doch, ich kann mal einen guten Kampf haben. Boah der Typ sieht echt gefährlich aus. Ja wunder wenn er zu Whitebeard gehören muss, die sind ja alle nicht so ganz ohne. Oh Abschlussbedingungen ist nur überleben. Welbelnder Strudel aus Magma und Luft. Da ist wieder zwei Gegner. Geht doch nicht. Was mich ein bisschen stört an diesem Kampf ist halt, dass das immer dieselben Gegner hier sind. Das ist das, was ich meine. Es sind immer dieselben Gegner hier in diesem Kapitel. Das stört mich ein bisschen. Ich muss nur 60 Sekunden durchhalten. Aber der Typ ist so krank. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr schütt und bis ein Kindi bin. Ich bin der Börse, aber ich schahe den Bögen. Ich bin der Bögen, wenn du mit der事en Seite bist du. Ich bin der Bögen, Ehre, dass du nicht losgarten und es ist. Ich bin der Bögen. Ich bin der Bögen von der Bögen. Ich bin der Bögen. Oh nein! Boah, anstrengend, anstrengend. Es wird nicht anstrengend. Naja, wir wussten ja, dass wir verlieren. Ich habe nicht die Ausnahme hier gefangen. Die Meyer schreie an den Drachen. Naja, nur noch. Die Kralle, der Herr Schreie, Siegbirne Und prototype. Das heißt, ich koarme die Felgen zu stricken, und das zur Tat, eine einzige Suche von der Siegel in den Start. Das heißt, ich schreie mich, Sieg, 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 Sieg und die Wolfe, Sieg, Sieg. Was ist unser Verstöhnen? Das hat das schreie einen, die Eidung in der Verbindung durchführt. Ich bin... Ich habe mich verletzt. A-San, warten Sie! Ich bin jetzt noch ein Schritt! A-San! 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 Ich werde noch helfen! A-San! A-San! Ich werde mich nicht verletzen! Ich werde mich nicht verletzen. 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 Oh, schon wieder ein Level Up mit Whitebeard. Ich dachte schon, das Level Delay auch wieder an. Lalalalalalala! Lalalalalalalalala! Ich werde mich nur an. Ich muss aber wieder gewinnen! Whitebeard Zorn Ohje, jetzt gibt's bestimmt... Inselcrash Boah, schon wieder der Gegner. Also es ist doch langsam langweilig. Immer in demselben Gegner, eilig. Boah, der trifft mich trotzdem. Obwohl ich an ihm vorbei bin. Habt ihr gesehen? Zum Mäuse melken. Ich diesen Typen hasse. Wie die Pest hasse ich diesen Typen. Immer derselbe Gegner. Die ganze Kampagne von dem über immer dieser Blöde... Oh shit. Ja, ist klar. Wenn wir immer auf dem Boden liegen, können der NPC immer noch treffen. Pfff. Oh nein, ey. Und wieder K.O. Warum auch nicht? Es ist immer derselbe Gegner. Der kann immer abwehren. Immer kann der Pisser abwehren. Entschuldigung, muss ich das mal sagen. Wir werden eher einfach, wenn ich selbst die Verteidigung drücke, der kommt da einfach durch. Da, der trifft mich in der Luft. Ich schwöre, ich hab Verteidigung gedrückt. Das bringt gar nichts. Und dann halte ich aber bei weitem nicht so viel aus und ich krieg die Aktionsleiste einfach nicht voll. Und dann wieder nicht getroffen. Wieso habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Wollen wir früher mal einer sagen? Nein, ne. Kommen wir rein. Warum auch? Also es macht mir Spaß, dauernd die Kämpfe wiederholen zu müssen. Wollen wir jetzt immer derselbe Gegner. Den haben wir jetzt schon fünfmal besiegt. Wie kommen denn hier noch kämpfen? Warum immer das halbe Leben mit einer Attacke? Ja, zwei Mal derselbe Angriff und dann ist es vorbei. Deswegen spiele ich solche Spiele nicht. Ah ja, ich hab wieder Abwehr gedrückt und es bringt gar nichts. Zack, er ist durch und feiern. Ja, doch. Bei uns ist das ein bisschen ärgerlich. Nicht so, dass jetzt hier der Endboss ist, sondern dass wir gegen den Typen schon zigmal gekämpft haben und immer nur dasselbe. Er wird immer stärker, wobei wir immer weniger Schaden machen. Und wieder habe ich ihn nicht erwischt. Haha, das wird immer schlimmer. Ich bin doch überhaupt nicht mehr entspannt. Also liegt daran nicht so drauf. Weil die liegen da rum und ich kann keinen Schaden machen. Wenn ich auf dem Boden liege, dann können die da immer noch drauf rumbämsen. Warum kann ich ihn jetzt nicht treffen? Hm. Ja, ich war doch wieder zuerst am angreifen, trotzdem... Konnt er wieder alles abwehren. Er kann einfach alles abwehren. Er hat mich schon wieder erwischt. Ja, er hat natürlich wieder aufgehoben. Ja, alles klar, trotzdem trifft er mich wieder mit einer Feuerfaust da. Ja, endlich. Zigmal gegen den selben Gegner, das ist nervig. Ich hoffe, ich habe es jetzt hinter mir. Bin ich nochmal gegen den Kämpfen? Der Arsch hat diskriminiert mich aber. Nein. Okay. Ein Level ab, das ist ja noch... Nein, das ist immer noch nicht fertig. Wenn ich jetzt nochmal gegen den Kämpfen muss, ne? Es gibt halt aber Schläge. Ich werde mich aufwachen. Jetzt liegt er wieder auf dem Boden. Macht damit mehr Schaden als ich mit einer Waffe, das ist so unglaublich Ich hab auch langsam keinen Plan mehr was ich machen soll Ich hab auch langsam nicht gehandelt Ich habe mich über das Gefühl, wie bei anderen Streifen Ah, endlich, ich habe es geschafft. Das heißt, eine ganze Weile gedauert, da kann der Krissat schneiden. Nee, der schneidet nicht. Boah, da hat über eine Viertelstunde, 20 Minuten für den Kampf gebraucht hier. Mann, 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 bin ich schlecht. Boah, die Hände jetzt weh. Ah, naja. Oh, mein Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Schreie der Schreie Oh, der hat ganz schön viel eingesteckt. Oh, der ist im Stehen gestorben. Das muss alles mal einer nachmachen. Und die Episode ist abgeschlossen. Ach nein, jetzt noch mal. Der auch noch mal. Ich glaube, da kommt noch jemand was anderes, außer nur die Gipfelschlacht. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Ich werde den letzten Kampf ein bisschen schneiden, da war ein bisschen lange, aber ansonsten... Das machen wir mal mit Arkano, wie der Typ da heißt. Naja, gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Toilet. Toilet.